Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Möglicherweise merkst du nicht, dass das Ego einen Heilsplan in Opposition zu Gottes Plan aufgestellt hat. Und dieser Plan ist es, an den du glaubst. Da er das Gegenteil von Gottes Plan ist, glaubst du auch, Gottes Plan anstelle des Ego-Plans anzunehmen, bedeutet, verdammt zu werden. Das klingt natürlich grotesk. Nachdem wir aber erwogen haben, was genau der Plan des Ego ist, wirst du vielleicht begreifen, dass du, so grotesk er auch ist, tatsächlich an ihn glaubst. Ja, und was ist das Ego-Plan? Das sollte inzwischen klar sein. Das Ego-Plan ist, die Welt da draußen zu bekämpfen, sie zu manipulieren, sie zu hintergehen, sie anzugreifen, sie als schuldig zu befinden und viele, ja, vieles mehr. Du weißt es selbst. Und diese Lektion heute erfordert von uns Mut. Den Mut anzuerkennen, dass wir uns getäuscht haben. Den Mut anzuerkennen, dass wir die Stimme Gottes hören können. Den Mut anzuerkennen, dass wir Christus sind. Und sobald wir dem Heilsplan Gottes folgen, werden wir unsere seltsamen Ideen aufgeben. Bist du bereit, dir vollständig einzugestehen, dass du dich getäuscht hast? Dass du dich wirklich getäuscht hast? Bist du bereit, dir einzugestehen, dass deine Angriffe, deine Schuldzuweisungen, dein Groll oder was auch immer nur Selbstanschuldigungen sind, die dein Versagen verbergen sollen, dass du gescheitert bist mit des Egosplan? Wie lange möchtest du deine Beziehungen noch dazu benutzen, dein Versagen zu verbergen? Ja, ich weiß, das sind unangenehme Fragen, die wir uns stellen müssen, um Klarheit zu bekommen in unserem Geist und wirklich heute zu akzeptieren, nur Gottes Plan wird funktionieren. Solange wir noch unsere eigenen Pläne für unsere Erlösung, für unser Glück, für unseren Frieden erfahren wollen, solange sind wir auf dem Weg des Scheiterns. Weißt du, dieser Kurs im Wundern, und ich kann es immer wieder nur betonen, ist ein Kurs in Erfahrung. Du kannst erst durch die Vergebung letztendlich in die Erfahrung der Freiheit, der Erlösung, des Friedens gelangen. Ich kann dir hier zum Beispiel erklären, wie eine, angenommen, du hättest noch nie eine Orange gesehen oder eine Banane oder einen Apfel, es spielt keine Rolle, angenommen, du hättest noch nie eine Orange gesehen. Und ich würde dir versuchen, dir diese Orange zu erklären. Zum einen, ich kann dir erklären, welche Farbe sie hat, wie sie aussieht. Und ich kann dir versuchen, zu erklären, wie sie schmeckt. Vermutlich könnte ich ein Jahr lang versuchen, dir zu erklären, wie sie schmeckt, aber du wüsstest es immer noch nicht, solange du nicht hineinbeißt, solange du nicht in die flüssige Sonne hineinbeißt. Dann hast du einfach nur eine Idee von einer Erzählung. Und dann kannst du vielleicht auf die verrückte Idee kommen, diese Idee einer Erzählung weiterzugeben. Vielleicht sogar Bücher darüber zu schreiben, was eine Orange ist, aufgrund einer Erzählung, die du gehört hast. Und wir wollen uns nicht mehr hier auf Erzählungen stützen, auf jemand, was das jemand anderer erfahren hat. Sondern wir wollen heute so mutig sein und in die Erfahrung gehen. Erst dann ergibt dieser Kurs in Wundern einen Sinn. Wie uns Jesus in den letzten Lektionen gesagt hat, wenn du im Kreis des Nebels stehst und du nicht hindurchgehst, dann wirst du glauben, dass dieser Nebel die Realität ist. Und Jesus kann dir außerhalb dieser Matrix zurufen, hey, es gibt eine andere Welt. Der kann dir noch den Kurs im Wundern durch diese Nebelwand reichen und du liest dieses Buch oder irgendein anderes spirituelles Buch, das den universellen Lehrplan beinhaltet. Aber solange wir nicht hindurchgehen, wissen wir wirklich nicht, wir haben keine Ahnung, was hinter dieser Nebelwand für uns bereitsteht. Für dich wie für mich. Deshalb benutze ich sehr gerne diese Übung. Immer wieder baue ich sie in den Tag ein, wo ich durch die Nebelwand meiner Gedanken laufe, geführt von Jesus, und ich in diesem einen Licht bin, das ich schon so sehr und so gut kenne. so wie du auch. Sage nicht, dass du dieses Licht, diesen Frieden, nicht kennst. Ich möchte dich erinnern, was es ist. Egal, wie alt du jetzt bist, vielleicht hörst du hier zu und du bist 20 oder 30 Jahre alt, wisse, dass du einen Seinszustand in dir trägst, der vor 10 Jahren derselbe war wie heute. Wenn du 50, 60, 70, 80 Jahre alt bist, dann kannst du dich erinnern, dass der Seinszustand, als du 10 Jahre alt warst, derselbe ist wie heute. Und das ist dieses Licht. Und jeder von uns hier kann diesem Licht, diesem inneren Frieden oder diesem Seinszustand jetzt gewahr sein. Stimmt's? Wie viel Zeit brauchst du dafür? Und egal, ob du deinen Körper ablegst oder wie lange er noch lebt, dieser Seinszustand, der kann nicht sterben. Der ist beständig. Beständigkeit heißt, er ist ewig. Er ist anhaltend. Und stell dir mal vor, du würdest diesen Sein, ständig in diesem Seinszustand verankert bleiben. Ohne Mühe verankert bleiben. Welche Bedeutung hätte dann noch unsere eitlen Ideen, wie wir einigermaßen gut überleben können, auf dieser Welt? hätte keine Bedeutung. Denn in diesem Seinszustand sind wir uns gewahr, was wir wahrhaftig sind. Das menschliche Dasein wird enden und dieser Seinszustand, der du bist, wird bleiben. Je mehr wir uns in diesen Seinszustand öffnen, hineinfallen lassen, darin erblühen, uns ausdehnen, desto mehr werden wir erkennen, dass die Erlösung in uns liegt und dass wir diese Erlösung jedem Geist schenken können. Und dann werden wir wissen, was funktionieren wird und was nicht. Aber solange wir in der Nebelwand stehen bleiben, glauben wir, dass wir innerhalb dieser Nebelwand etwas finden können, was endlich funktioniert. Das Egos Plan, mehr Geld, andere Körper, die wir benutzen können, einen besseren Job, Bessere Beziehungen, erfolgreich sein und so weiter. Und vor allen Dingen, die Menschen müssen sich ändern, die politische Situation muss sich ändern. Wer ist denn verantwortlich für die Veränderung? Das Universum wurde dir anvertraut, habe ich gestern gehört. Natürlich nicht deinem Körperdasein, sondern diesem Christus selbst, diesem Seinszustand, den du jetzt mit mir wahrnehmen kannst. Dein Körper ist nur eine Projektion. Und deshalb wird uns ja so oft gesagt, merkt, dass du kein Körper bist, sondern vollständig frei und ganz. Aber innerhalb der Nebelwand glauben wir, ein Körper zu sein mit anderen Körpern. Getrennt. Alleine. Einsam. Auf einer unendlichen Suche. Ohne etwas zu finden. Das Egos-Heilsplan dreht sich darum, Groll zu hegen. Es behauptet, dass du erlöst wärst, wenn jemand anderer anders reden oder handeln würde. Wenn irgendein äußerer Umstand oder ein äußeres Ereignis verändert würde. Somit wird die Quelle der Erlösung ständig außerhalb von dir wahrgenommen. Jeder Groll, den du hegst, ist eine Erklärung und eine Behauptung, an die du glaubst, die besagt, wäre dies anders, so wäre ich erlöst. für die Erlösung notwendige, der für die Erlösung notwendige Geisteswandel wird somit von allem und jedem außer von dir selbst gefordert. Ja, und wir sprechen hier von einem Geisteswandel. Und wer kann diesen Geisteswandel letztendlich bewirken? Natürlich nur du, niemand anders. Und so frage ich dich, bist du bereit, diesen Geisteswandel zu vollziehen? Vielleicht wankst du noch, vielleicht zauderst du noch, vielleicht hast du noch Bedenken diesbezüglich, aber lass dir gesagt sein, du bist bereit. Schon alleine deshalb, weil du heute erneut zuhörst. Schon alleine deshalb, weil du dich mit diesem Kurs im Wundern beschäftigst. und bereit bist, die Lektion zu machen. Also du bist bereit für den Geisteswandel. Und du bist letztendlich bereit, den Geisteswandel zu vollziehen. Nur wann? Wann gibst du eine Antwort auf diesen Kurs in Wundern? Wann trittst du heraus aus diesem Nebelgleis? Diese Entscheidung ist bei dir und die kann dir niemand abnehmen. Aber wisse und verinnerliche dir, dass du bereit bist. Ja, ich bin bereit, diesen Geisteswandel zu vollziehen. Ich bin bereit, anders zu denken. Ich lasse die Gedanken der Krankheit nicht mehr in meinem Geist wüten. Die Gedanken des Angriffs, die Gedanken des Krolls, die Gedanken der Schuld, die ich auf andere projiziere, ich lasse dies nicht mehr in meinem Geist wüten. Denn ich mache mich dadurch zum Opfer der Welt. Aber wir haben schon gehört, dass wir nicht das Opfer der Welt sind. Wir machen uns dadurch zu einem machtlosen Geschöpf. Vor kurzem habe ich einen kleinen Short gesehen, also einen kleinen Film. Ein Bär wurde freigelassen, der, so wie ich mich erinnere, 20 Jahre in einem kleinen, wirklich furchtbar kleinen Gitter gefangen war, also in einem kleinen Gefängnis und sein Bewegungsdrang war so groß, dass er begonnen hat, in diesem kleinen Gefängnis, nachdem er gewütet hat, nachdem er gekämpft hat, um aus diesem Gefängnis rauszukommen, er einfach nur im Kreis lief. In einem Radius von etwa drei Metern oder vier lief er im Kreis. viele, viele, viele Jahre. Und irgendwann wurde er befreit. Er war in einem großen, großen Gehege. Er hatte riesig viel Platz, er konnte mit anderen Bären zusammen sein und er hatte genügend Futter und all diese Dinge. Er hat sich immer noch im Kreis gedreht. Er wusste nicht, dass er frei ist. Sein Bild war ein anderes. Sein Bild über sich selbst war, meine Welt ist, sich im Kreis zu drehen. Genau im gleichen Radius wie in seinem Gefängnis. Und wir, die an des Egos Plan glauben, wir tun dasselbe. Ja, ich weiß, das ist ein krasses Bild. Du wirst dir vielleicht sagen, ja, aber ich kann doch hier hingehen und dahin gehen, ich habe doch meinen Job und das ist unser kleiner Radius. Deshalb sind ja so viele Menschen unzufrieden, weil sie genau spüren, hey, ich drehe mich hier ständig im Kreis. in meinem sozialen und gesellschaftlichen System, in das ich mich eingebunden habe. Und wenn wir uns ständig im Kreis drehen, in einem bestimmten Radius, dann können wir nicht glücklich sein. Wir spüren wohl, dass es da etwas anderes gibt, aber offensichtlich können wir es nicht erkennen, innerhalb unserer Nebelwand. Und der Heilsplan Gottes wird uns sanft hinausführen. Wir müssen nur die Bereitschaft aufbringen, es zu tun. Das ist alles. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Mich hat dieses Bild tatsächlich erschreckt, weil da, wo er gelaufen ist, da war schon alles ausgetreten. Dieser Bär ist, die Furche, die er gelaufen ist, war schon extrem tief, aber er ging nicht hinaus. Es war wirklich ein sehr beeindruckendes Bild. Wir sollten diese Bilder nicht unterschätzen und wir sollten auch nicht unterschätzen, was wir uns antun, wenn wir in diesem Ego-Denksystem uns befinden. Denn wir glauben an einen Plan, der nicht funktioniert und wir bemerken es nicht. nachdem wir erwogen haben, was genau der Plan des Egos ist, wirst du vielleicht begreifen, dass du, so grotesk er auch ist, tatsächlich an ihn glaubst. Ja, und hier wurde schon oft erwähnt, wie grotesk unser Plan letztendlich ist, wie verrückt wir unterwegs sind, wenn wir des Egos Stimme Glauben schenken. Jeder von uns hat allerdings eine Möglichkeit, er kann auf die Stimme Gottes hören. Wir erinnern uns an deinen Seinszustand, der vor 20, 30, 70, 80 Jahren derselbe ist wie damals. Und in diesem Seinszustand fällt es mir sehr leicht, auf die Stimme Gottes zu hören. Sobald ich mich dieser Stimme öffne, dehne ich mich aus, werde weich, werde sanft und schaue milde auf mich selbst. Und sobald ich milde auf mich selbst schaue, kann ich milde in die Welt schauen. Sobald ich mich in Sanftheit und Liebe sehe, kann ich Sanftheit und Liebe in der Welt erkennen. Die Welt begegnet mir dann in Sanftheit und Liebe. Aber solange ich mit Argwohn und Angriff und unbewusster Schuld auf mich schaue, ja, solange muss ich dieses in der Welt erfahren, denn ich projiziere es, um es nicht in mir zu bemerken. in Liebe und Sanftheit würden wir heute durch die Stimme Gottes in die Welt schauen. Die Rolle, die diesem Plan deinem eigenen Geist zukommt, ist daher einfach die, festzustellen, was, mit Ausnahme von ihm selbst, sich ändern muss, damit du erlöst wirst. Was muss sich verändern? Das scheint offensichtlich dein, das, dein Denken, deine Ausrichtung, deine Ideen über die Welt. Gottes Heilsplan gelingt einfach deshalb, weil du seiner Führung folgst. Du dort nach der Erlösung suchst, wo sie ist. Wenn du aber Erfolg haben willst, wie Gott es dir verspricht, musst du bereit sein, sie nur dort zu suchen. was für das Ego sehr wieder als Angriff gesehen wird, ist der folgende Satz in dieser Lektion. Gottes Heilsplan wird für dich gelingen und andere Pläne nicht. Ich finde, dies eine wirklich bemerkenswerte Aussage, wo wir doch in der Idee verharren, naja, jetzt machen wir noch diesen Plan und jenen Plan und hier noch einen Plan und dann, wenn wir das so gemacht haben, dann. Nur Gottes Heilsplan wird gelingen und andere Pläne nicht. Lass nicht zu, dass sich der zweite Teil dieses Satzes deprimiert oder verärgert. Er ist im ersten implizit enthalten und im ersten Teil liegt eine vollkommene Befreiung. von all deinen eigenen wahnsinnigen Versuchen und verrückten Vorschlägen, dich selber zu befreien. Sie haben Depression und Ärger zufolge gehabt. Gottes Plan aber wird gelingen. Er wird zu Befreiung und Freude führen. Indem wir uns daran erinnern, wollen wir den Rest der längeren Übungszeit darauf verwenden, Gott zu bitten und seinen Plan zu offenbaren. Frage ihn ausdrücklich, was möchtest du, dass ich tue? Wohin möchtest du, dass ich gehe? Was möchtest du, dass ich sage und zu wem? und an dieser Stelle möchte ich dich erinnern, du, der jetzt diese Worte hört, nimm es ganz persönlich. Du bist in der Lage, die Stimme Gottes zu hören. Höre nicht mehr auf das Ego, das dir vielleicht sagt, oh, da brauchen wir jetzt noch viel Übung. Da müssen wir jetzt noch dies und jenes tun, ach komm, übe dieses heute wirklich und du wirst die Stimme Gottes empfangen auf eine Art und Weise, mit der du jetzt vielleicht nicht rechnest, auf eine Art und Weise, die dich berührt, dass du vielleicht weinen wirst vor Freude und vor Glück, auf eine Art und Weise, wo du dich fragst, wie konnte ich nur diese Stimme ständig ignorieren. Noch einmal, du nimm es ganz persönlich, bist in der Lage, jetzt die Stimme Gottes zu hören und es ist das Einfachste überhaupt. Es ist nichts Kompliziertes, dies ist nicht irgendwelchen Mystikern, Heiligen oder Gurus vorbehalten. Diese Tatsache steckt in dir. Es ist eine Tatsache, dass es leicht ist. Und was gibt es Freudigeres, als sich dieser Tatsache zu öffnen? Ich habe diese Lektion praktiziert vor vielen Jahren, hat sie so richtig bei mir durchgeschlagen und es hat mich so sehr berührt, dass ich es nicht ausdrücken kann. Es ist wie die Idee, dass ich dir erklären möchte, wie eine Orange aussieht und schmeckt. Gehe selbst in diese Erfahrung, laufe nicht mehr wie der Bär im Kreis herum. Öffne dich in diesem einen Seinszustand, der vor 20 Jahren derselbe ist wie heute, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren, ja, sogar vor der Zeit. Was möchtest du, dass ich tue? Wohin möchtest du, dass ich gehe? Was möchtest du, dass ich sage und zu wem? S consumierte Vier вет D D D D Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020